So Freunde, wir sind gerade im Stream und ich habe zwei sehr coole neue Sachen. Einmal den neuen Mose-Epos-Kopf und ein Prototyp vom Gurke-Minze von Fock Your Life. Und das testen wir jetzt. Wir legen Kohle. Wir gucken einmal, was der Kopf wiegt. Der Mose-Epos wiegt 178 Gramm und ist damit ungefähr auf dem Level. Gut, die Killer Bowl ist natürlich besonders groß, aber wenn man sich jetzt das Material anguckt, 178 Gramm, ist das natürlich erstmal deutlich weniger als bei einem Huka in Popo. Das heißt, die Masse von einem Kopf bestimmt natürlich, wie träge er ist, was die Hitze angeht. Das heißt, der Mose wird wahrscheinlich schneller warm werden, aber wenn die Kohle nachlässt, auch schneller wieder kühl werden. Hingegen zum Beispiel der Huka in Popo wird wahrscheinlich langsamer warm werden, dafür die Hitze aber konstanter halten, wenn die Kohle ein bisschen kleiner wird. Kann Vorteil sein, kann Nachteil sein, muss man wissen, was man mag, muss man wissen, was man braucht. Aber wir merken uns mal, 178 merken wir uns mal, damit wir danach gucken können, wie viel Tabak wir hier in dieses Depot machen. Zum Depot nochmal ein kleiner Vergleich. Wir haben hier noch zwei andere Köpfe, wo mir Leute gesagt haben, der sieht aus wie der und der Kopf. Und ich finde die Aussage größtenteils Bullshit, muss ich sagen. Also natürlich ist das eine relativ simple Funnelform und es wird Köpfe geben, die ein wenig ähnlich aussehen. Jedoch haben die meisten anderen Köpfe halt doch Eigenschaften, die der Epos nicht hat, optisch gesprochen. Der Epos hat hier einmal zwei so Bubbel und hier unten nochmal zwei so Bubbel und ist oben relativ flach gehalten und hat eine konkave Einbuchtung hier. Der Mahala, wo einige gesagt haben, die sieht gleich aus, ist hier einfach gerade und hat ein Böppel in der Mitte. Der Shades Turan, wo Leute gesagt haben, der ist relativ ähnlich, ist hier gerade und hat hier einen Bubbel. Also natürlich sehen die sich alle relativ ähnlich und das ist alles eine sehr grundlegende Funnelform. Aber ich finde das jetzt schon ziemlich doof zu sagen, der sieht aus wie der oder der sieht aus wie der, weil die sind sich ähnlich. Aber jeder hat nochmal so seine eigene Kleinigkeit, die dann doch ein bisschen unterschiedlich ist. Depotmäßig sieht das natürlich bei dem Mahala gegen den Epos doch relativ ähnlich aus. Der Epos von Mose ein kleines bisschen abgerundeter im Depot. Aber ansonsten haben beide ein schön flaches, relativ breites Depot, das aber durch die flache Bauform trotzdem nicht zu viel Tabak schlucken sollte. Für mich ist der Epos von der Depotform her nahezu perfekt. Es gehen weniger als 25 Gramm rein, aber das gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Plus er ist schön breit, das heißt unser HMD hat eine große Auflagefläche auf dem Tabak. Aber durch die flachere Bauform als zum Beispiel bei dem Shades Tuan haben wir eben nicht einen allzu hohen Tabakverbrauch. Der Shades Tuan vom Material her sehr cool, von den Hitzeeigenschaften sehr cool. Einziges Problem mit diesem Kopf ist, der verbraucht sehr sehr viel Tabak. Bei dem Hukain Popo im Vergleich haben wir ein etwas schmaleres Design, beziehungsweise der Rand etwas dicker, sowohl vom Funneldoch als auch vom äußeren Rand. Und dadurch ist das Depot schmaler, von der Tiefe her aber gleich. Mit beiden Köpfen kann man einen Satz Kohle easy verrauchen. Das heißt, wenn man extrem auf Tabak sparen gucken will, ist der Popo wahrscheinlich immer noch ein bisschen besser. Aber ich finde den Epos halt sehr sehr geil durch diese große Auflagefläche vom Tabak drinnen. Wenn man sich das Design von dem Kopf hier anguckt mit diesen Einkerbungen oder wie ich gerne sagen Böppel, dann sieht man da auf jeden Fall ganz klar eine Mose Design Sprache. Das heißt, ob das eine Breeze ist, eine Sphere ist oder eine Verity ist, da passt dieser Kopf einfach sehr sehr gut drauf. Wenn einem das wichtig ist, ist das auf jeden Fall was extrem cooles. Kommen wir zu unserem nächsten Ding, was wir uns angucken und zwar dem Focke Live Gurke Minze. Den haben wir hier einmal auf der normalen Base und der ist gut am Schwimmen, aber es ist ja auch relativ frisch angemischt, das Ganze hier. Der Geruch ist auf jeden Fall schon mal überragend. Das riecht wie so ein richtig geiler Gurkensalat. Natürlich nicht so krass mit Dill oder so, aber es riecht einfach wild. Es riecht schön frisch, aber die Minze kommt nicht überkrass durch. Also es ist schon wirklich massiv Gurke in die Fresse. Wenn ihr schon mal einen Gurketabak geraucht habt und ihr den mochtet, dann werdet ihr euch auch bei dem Focke Live hier sehr sehr schnell sehr zu Hause fühlen. Und dann bauen wir uns da einfach mal ein schönes Köpfchen von, damit wir den mal testen können. Also es riecht wirklich, als ob Mama gerade in der Küche steht und einen schönen Gurkensalat macht und ihr gleich raus zum Grillen geht oder so. Ist schon wirklich nice. Dann räumen wir das Ganze noch ein kleines bisschen auf. Einmal den Rand schön frei machen. Hier noch ein kleines bisschen verteilen. Das wird jetzt auf jeden Fall ein gutes Vollkontakt Setup. Also das ist, ich denke höher als so würde keiner bauen. Außer ihr wollt es mal drauf anlegen, aber halte ich für relativ sinnfrei. Das heißt, das wird jetzt wahrscheinlich so die obere Tabakgrenze von dem, was in diesen Kopf rein muss. Und dann ist unser Köpfchen ready. Okay, es sind sogar 203. Also sind es genau 25, äh 1, 7, 8. Also sind es genau 25 Gramm. Und ich schätze, das war auch die Idee bei Mose, dass wenn du dir ein dickes Overpack, oder so krasses Overpack ist es ja jetzt nicht, aber wenn du dir ein Vollkontakt Setup mit diesem Kopf baust, dass du immer noch genau bei der Grenze bist, die wir halt jetzt bald bei unseren Tabakpackungen haben. Sprich, mit einer 25 Gramm Packung kannst du dir mit dem Kopf einen guten Kopf bauen, der dann auch einen Vollkontakt hat. Also eigentlich gibt es zwei Größen an Köpfen, die für mich im Moment Sinn machen. Und das ist entweder unter 12,5 Gramm oder unter 25 Gramm. Und alles dazwischen ist so ein Hybrid, wo man dann immer umpacken muss oder sowas. Von daher, Depotgröße ist in Ordnung. Ich würde sagen, wir schmeißen der Kohle rein und sehen uns wieder beim Rauchen. Boah, der brutzelt aber jetzt schon wie Sau, Junge. Digga, das ist zu wild. Das ist so weird, Mann. Das ist so weird. Einfach mein erster Eindruck, ist wild, Digga. Ist einfach wild. Der schmeckt nach Gurke. Er schmeckt nicht nach Minze. Er hat aber eine kühle Note. Aber die Gurkennote ist übel geil. Die ist nicht krass intensiv. Also die ist so intensiv, wie ich sie mir bei einer Gurke vorgestellt hätte. Weil wenn man jetzt in eine Gurke beißt, die hat ja auch nicht so den überkranken Geschmack, weißt du? Also wenn das jetzt irgendwie so ein krank überaromatisiertes Gurkenflavor wäre, wäre das wahrscheinlich ein bisschen weird. Aber so passt das. Das passt einfach. Man hat so eine Süße am Start. Aber ich weiß gerade nicht, ob die Süße einfach von der Hukain-Base kommt, weil ich lange nicht mehr die Virginia-Base geraucht habe. Und Virginia schmeckt, wirkt meistens ein bisschen süßer, als es ein Burley tut. Oder ein Burley-Mix zumindest. Es ist strange, Digga. Es ist einfach strange. Also er läuft butterweich. Die Gurken-Intensität ist genau so, wie ich mir das gewünscht hätte. Ich finde aber fast, dass er Gurke-Eis heißen müsste und nicht Gurke-Minze. Also ich schmecke da jetzt nicht so eine krasse Minznote raus. Also es ist jetzt nicht irgendwie, als hätten die einfach die Pfefferminznote oder die marokkanische Minzenote genommen und hätten die mit zu der Gurke gepackt. So ist es nicht. Es ist wirklich ein Cooling. Es ist mehr wie so eine Gurke, die auf Eis lag. Na, aber es ist schon kühl. Also es ist schon kalt. Gurke auf Eis. Passt aber zu Gurke, oder? Ja, ja, safe. Safe. Also so ein Gurkensalat oder so, der muss ja auch kühl sein. Oder ich finde ihn zumindest am geilsten, wenn er kühl ist. Und so fühlt sich das eben auch bei dem Tabak an. Als ob du einen Gurkensalat aus dem Kühlschrank genommen hättest, auf den Tisch gestellt hättest. Dann wird er ganz leicht, ein klein bisschen wärmer, aber ist immer noch nicht warm, sondern immer noch kalt und dann isst du den. Genau so ist die Kühle in diesem Tabak zu beschreiben. Ist geil. Ich mag den. Ich finde den jetzt schon gut. Das Köpfchen neigt sich langsam dem Ende zu. Und deswegen ein kleines Fazit zu dem Gurke Minze und zu dem Mose Epos. Der Gurke nach wie vor gut. Also ihr habt einen leckeren Gurkengeschmack mit einer Kühlenote. Die Kühlenote ist dann irgendwann langsam verflogen, aber war okay. Also war genauso, wie man das erwartet hätte von der Minzesorte in einem Tabak. Gegen Ende wird hier halt weniger. So ist das. Die Gurkennote ist geil getroffen, könnte vielleicht minimal intensiver sein, aber ich weiß auch nicht, ob das dann vielleicht too much war, weil Gurke ist ja an sich auch einfach, wenn man so eine Salatgurke isst, das ist ja nicht so ein geisteskrank intensiver Geschmack. Aber es schmeckt wirklich lecker nach Gurke. Funktioniert verblüffend gut. So Sachen wie Minze oder Zitrone könnte ich mir da sehr, sehr geil dazu vorstellen. Ein guter Tabak. Ein guter Tabak. Gefällt mir. So, der Mose-Epos. Da wird es ein bisschen schwieriger. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, es gibt zwei Sachen, die ein Kopf besonders gut können muss. Das ist A, seine Hitzeeigenschaften und B, seine Depotform. Jetzt haben wir folgendes Problemchen. Die Depotform finde ich überragend. Die Depotform gefällt mir wirklich absolut gut. Und bei der Formulierung könnt ihr euch schon vorstellen, wie sieht es bei den Hitzeeigenschaften aus. Gut. Aber nicht übertrieben geil. Und jetzt gibt es halt Köpfe, die sind übertrieben geil von den Hitzeeigenschaften. Allerdings gefällt mir das Depotform-Epos besser. Wenn ich jetzt einen Epos aus dem Material von dem Huka-In-Popo mit der Wasse von dem Huka-In-Popo haben könnte, dann wäre das wahrscheinlich für mich aktuell das absolute Nonplusultra an Kopf. Aber der Epos hat nicht einen ganz so geilen Ton wie der Popo. Versteht mich nicht falsch. Der Epos hat gute Hitzeeigenschaften. Der ist besser als ein Lidlip, der ist besser als ein Oblaco, der ist besser als... Weiß ich nicht. Aber er kommt nicht ganz an den Wandenberg oder an den Popo ran von den Hitzeeigenschaften. Und jetzt bin ich natürlich irgendwo in diesem Zwiespalt, dass ich mir denke, Depot eigentlich super geil. Wir sind genau an den 25 Gramm. Das heißt, du brauchst nicht mehr, als in Zukunft ein Einer Tabak drin sein wird. Du warst aber auch nicht irgendwie dann genau 5 Gramm über oder so eine Scheiße. Das heißt, von der Depotgröße, von der Depotform her ist das Ding für mich super nice, genau wie er ist. Aber der Ton könnte nicht nur gut, sondern sehr gut sein. Er ist aber gut. Ich habe während ich den rauche nie das Gefühl, dass es schlecht ist. Aber man merkt an so Kleinigkeiten, zum Beispiel nach dem Anrauchen hatte ich zwei Kohlen drinne und die Hitze wäre für den Popo perfekt gewesen. Und im Epos war es, du hast gemerkt, dass er mehr an dieser Grenze ist, was der Tabak noch hergeben kann. Und das wäre beim Popo wahrscheinlich so ein Ticken geiler gewesen. Allerdings sind auch Popo, Wandenberg und Haifen deutlich teurer als der Epos. Den Epos gibt es für 25 Euro. Ihr merkt schon, ich bin da in so einem weirden Zwiespalt. Ich bin da in so einem weirden Zwiespalt, wo ich jetzt auch keine ultimative Antwort drauf habe. Der Epos ist ein guter Kopf. Das Depotform-Epos ist für mich überragend. Das ist eine wunderschöne Depotform mit genau der richtigen Größe für mich. Der Ton könnte allerdings noch ein kleines bisschen besser sein. Das heißt, das wäre das Einzige, was ich mir bei dem Kopf noch wünschen würde, dass es vielleicht irgendwann, ich meine jetzt ist er gerade erst rausgekommen, dass es vielleicht irgendwann noch ein Epos V2 kommt mit einem deutlich geileren Ton und mit ein bisschen mehr Masse. Weil 180 Gramm ist normal für einen Kopf und dann gibt es halt viele Köpfe mittlerweile, die auch gut 250 oder sogar über 300 Gramm haben. Und das ist halt schon ein bisschen geiler von den Hitzeeigenschaften. Also wenn ihr gerade einen Litlippe habt, wenn ihr einen Oblaco habt oder irgendwas in dieser Kategorie, dann ist der Epos auf jeden Fall ein geiles Upgrade. Und wenn man einen Popo, Wandenberg und Co. hat, ist der Epos keine schlechte Investition. Aber ihr solltet nicht erwarten, dass es eine Revolution an Rauch verhalten wird. Depot finde ich geiler als bei den anderen Köpfen. Hitzeeigenschaften ein bisschen schlechter. Und deswegen so, sagen wir, das ist so die Linie. Dann ist die Depotform über der Linie und der Ton ein kleines bisschen unter der Linie. Und so würde sich das wieder ausgleichen. Und so ist auf jeden Fall gerade meine Theorie, nachdem ich mit dem Epos die ersten 7, 8 Köpfe geraucht habe.